Ein niedliches Kerlchen. Nimm ihn mal. Wie viel willst du für ihn? Fünf Piaster. Fünf Piaster? Das ist ein harenpilliger. Na komm. Na hörst du nicht, ich sagte komm. Viereinhalb Piaster. Lebe wohl, Vogelfreunde. Oh, sieh mal da hin. Da wirst du zukünftig wohnen. Ich will das auch nicht wieder tun. Setz mich nicht vor die Tür auf. Oh, Allah. Wir liegen vor dir. Staub. Richte uns wieder auf. Richte uns rein. Untertitelung des ZDF, 2020